Alright, Internet und YouTube. Ich bin bei Rage in der BASCH TV-Arena und ich... ...wollte jetzt gerade abspeichern. Oh, das geht hier nicht! Die Schweine! Die ist der Schweine! Und jetzt, die letzte Herausforderung! Nicht gut! Nicht gut! Au! Nimm mal das hier! Das geht nicht! Du kannst nicht davonlaufen, mein Freund! Doch, du kannst davonlaufen. Alright, alright, alright! Na toll, jetzt geht das so einfach. Jetzt geht das so einfach. Man muss nur weiter weg stehen. Das muss einem doch gesagt werden. Was für eine Wahnsinns-Show! Meiner Meinung nach, der beste Kandidat des Monats! Pfff! YouTube wird schimpfen! Schön sitzen bleiben, Leute! Während sich unser Kandidat aufs Podium begibt, hören wir doch mal, was unsere Sponsoren sozusagen haben! Diese Show wird Ihnen präsentiert von Rustys Auto-Zubehör! Rustys, seit 10 Jahren der beste Freund ihres Autos! Oh, geil! Wo ist mein Preis? Wo ist mein Siegerfoto? Die sind in einer Blonden! Ah! Ahem, okay. Ich weiß, ich habe alle 100 Cent. Na, wahnsinnig, die schlecht waren dann die anderen. Moment, Moment, bevor Sie gehen, wollen Sie nicht in einer weiteren Showman spielen? Es gibt eine ganze Menge Geld zu gewinnen. Natürlich, aber eigentlich nicht. Es ist dasselbe, aber dieses Mal ist die Herausforderung ein kleines bisschen größer. Für einen Kandidaten wie Sie allerdings, kein Problem. Also, sind Sie bereit für Folge 2? Nein, jetzt nicht, danke. Überhaupt nicht. Mach's gut, mein Freund. War lustig, war peinlich, danke schön. Gut, ich meine, die zweite Runde war relativ easy, natürlich. Vor allem mit der anderen Schrotflinte. But, you know, jetzt, äh, was muss ich denn machen? Checky Weeks, den Sponsorenvertrag zeigen, okay. Wapp, Vorsicht. Oh, nee, jetzt können Sie, ich sitze schon wieder hier. Ja, vielleicht schießen wir ja erst beim Ernsehen, hm? Das hast du schön gemacht. Letztendlich wirst du sterben. Du hast ein Schutzschild. Und meine Munition ist knapp. Okay, macht's gut, lebt wohl, lebt wohl. Au, 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 warte, 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 warte. Was hab ich hier? Hast du das gesehen? Keine Ahnung, was ich hab. Keine Ahnung, was ich hier hab. Lass mich nochmal hier probieren. Äh, F3? F3. Ha! Aha. Wollte ich ja gar nichts mehr machen. Das ist großartig. Wir machen das gemeinsam. Munition aufgebaut. Wir machen gar nichts gemeinsam. Du machst das. Diese Geschütze sind ja völlig danach. F4, wie soll ich denn hier fahren? Und F, F, das bestätigen. Das war der Speicherpunkt. Das war die F5, das war dies für nichts. Squad Bombe. Wow. Oh, shit. Okay, eine haben wir noch. Du machst das schon. Du hast mal hier ein paar Platzpatronen drinnen. Oh, Gott. Da steckt es sich. Yes. Das Ding ist witzig. Okay. Kann ich dich wieder einstecken? Okay. 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 Wahnsinn. Ich habe doch 400 Schuss gekauft, oder? Okay. Töte den Match Combat-Typen. Glück gehabt. Das Ding. BASD und die F1-Tasten. Okay. Schnell Zugriff. Ja, gut. Okay. Oh, top. Ah. Anders belegen, tasten, sehr witzig. So, reparieren. Alright. Und alles ist wieder gut. Oh oh, was? Bist ein scharfer Schütze. Hoffe, wir sehen uns bald wieder. Yes. Rennscheine und Dollar. Die Straßen müssen sicherer werden. Okay, mach's gut. Ich schwimme ja schon förmlich in Geld. Naja, fast. Und das kann ich auch noch Geld verdienen, aber wir müssen so checken. Geniale Bash-TV-Show. Endlich jemand hier, der das würdigt. Das sagte ich ja noch mal im letzten Mal. Möchten Sie sich hier ein wenig umsehen? Möchte ich bitte gerne. Zeigen Sie mir bitte die Angebote. Ich habe nur das Feinste vom Feinsten. Darüber lassen Sie mich bitte entscheiden. Komponenten möchte ich jetzt nicht. Vielleicht möchte ich ein leichtes Rüstungs-Upgrade. Grät. Sekret. Sturmgewehr. Das hätte ich gerne, aber vielleicht finde ich das ja. Oder ich bekomme es. Ihr wisst schon, YouTube. Natürliche Ausleser. Okay, fünf. Das kostet doch nichts, oder? Fünf. Wird der Munition? Oh, die Schrott. Ich brauche mir nicht Schrott-Munition. Schrott-Munition ist lustig. Das habe ich nicht benutzt. Okay. Und den Shit brauche ich ja. 600 Schuss. 800 Schuss. Eine Freude mit Ihnen Geschäfte zu machen. Okay, wahrscheinlich habe ich hier völlig sinnlos Geld verballert. Aber was? Ich meine, da mache ich ein paar Aufträge und habe es wieder herinnen. Hallo. Hallo. Servus. Grüß euch. Servus. Servus. Ich bin's. Aus BESH-TV. Es ist verdammt lange her, dass der alte Jake Kane Fahrer dabei hatte. Jo. Hoffe bloß, du fährst besser als du schießt. Gehe zu slim und Hals und Beinbruch. Deine Ehrlichkeit kotzt mich an. Gewinne das Dasti 8. Oh, Mann. Ah, endlich wieder ein freundliches Gesicht hier. Sponsorenrennen. Anfängerglück. Okay, okay. Gut, gut, gut. Ich brauche das Auto, mein Freund. Gut, viel Erfolg. Kann ich gebrauchen. Also, Glück, ja, Erfolg auch. Theoretisch praktisch. Was weiß ich, was ich hier in jeder Internet. Erster Wend, das sollte doch kein Problem sein. Lass mich mal kurz die F-Tasten. Ich habe doch jetzt Munition, oder? Oh, verdammt. Die anderen haben auch Munition, richtig? Oh, shit. Nicht gut. Oh, oh. Ich wollte gerade mit einer Hand, aber mit einem Finger auf die F-Tasten. Okay. Zuerst. Ich konnte mich nicht runter in, Jut. Kannst du runter hier? Kannst du runter? Bleib. Du Idiot. Oh. Oh, man. Oh, shit. Oh, das wird immer schlechter. Oh. Wo muss ich denn überhaupt sehen? Oh, man. Okay. Jetzt habe ich alles wieder unter Kontrolle. Drücke Q für die Mut und Bash. Ah, okay. Hier steht es doch. Groß und deutlich. Ich mache es nur spannend im Internet. Natürlich gewinne ich das noch. Was ist das jetzt, Q? Ich habe Q gedrückt. Hat nichts gebracht. Weil ich gar nichts ausgewählt habe. Okay. Kein Problem. Ah, yes. Ist der etwa explodiert? Okay. Der Arsch fährt unten. Wieso machst du das? Der ist unten schneller? Anscheinend. Okay. Gehen wir aus dem Weg. Okay. Letzte Runde. Letzte Runde Internet. Wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Ah, ah, ah. Nicht so. Nicht so. So haben wir es nicht. Oh, shit. Ich kenne den Weg da unten nicht. Ich trau mich nicht. Und Gas. Das ist gut. Hier haben wir viel Geschwindigkeit. Das ist wunderbar. Alles strategisch. Wohlüberlegt. Falls nicht da in den Ding rein. Gott, Gott. Gott sei Dank, Halleluja. Yes. Jetzt sagt ihr nichts mehr, oder? Wir warten die ganzen drei Runden lang immer erst da. Okay. Okay. Gerrit suche ich ja. Tolles Rennen, Mann. Der Caprino wartet in deiner Garage. Gut. Lassen wir uns, lassen wir uns ansehen. Ich habe die besten Autoteile, die es gibt. Okay, warte, warte, warte. Kann ich dir helfen? Ich hoffe. Ich hoffe. Mini-Kanonen-Munition. Zielsuchraketen. Holy moly. Fallen mir, die ich alle mit F-Tasten irgendwie betätigen müsste. Das verstehe ich. Habe ich nicht verstanden. Das ist, das war witzig. Hat keine Power, aber war witzig. Was gibt es hier noch? Maximal. Hier kommt der Maximal-Turbo. Oh, kostet 25 Scheine. Standard Buggy-Reifen. Bessere Bodenhaftung mit engere Kurven. Bessere Kontrolle. Das könnte ich gut gebrauchen. Die Bodenhaftung. Aha. Mehr Dämpfung. Oh Mann, was soll ich denn nehmen? Oh Gott. Ich nehme sicher alle das, was ihr sagt. Ich soll es nicht nehmen, oder? Oh, die Bodenhaftung der Rennreifen kombiniert mit dem Schutz der Klingen. Holy shit. Soll ich? Gib mir das. War wie der Teufel, mein Freund. Mach ich. Aufzug-Garage. Ich möchte... Ah, ich möchte das sehen. Obwohl, ich werde es nicht sehen, aber... Später werde ich es sehen. Au. Ich habe die Kratzen müssen. Deswegen lief ich in die Wand rein. Okay. Seht euch das an. Ist der sexy? Ah, Tune. Federung habe ich nicht. Ich glaube, ich habe Reifen, oder? Sagt mir nicht. Das waren die falschen Reifen, oder was? Federung ist okay. Okay. All right. I don't understand. Ich habe doch diese komischen Dinger... gekauft, oder nicht? Okay. Ich habe doch diese verdammten sexy Reifen gekauft, mein Freund. Aber gelten die nicht für dieses Auto? Und das ist alles für den Arsch. Moment. Ab. Also. Zurück. Das heißt, das war für den Popo. Wenn ich das jetzt mit dem tunen kann, beiße ich mir in den Popo. Es wird schwierig, ich weiß. Ja. Ich habe es falsch gemacht. Okay. Klingelnreifen auf dem Dönenjäger. Super. Okay. Fantastisch. Fantastisch. Ich muss ohnehin zum Sheriff. Ich muss zum Sheriff. Fantastisch. Falsch eingekauft hier. Oh, Mann. Na, du? Sehr gut. Das Ding wird in dem Kampf nicht so leid auseinanderfallen. Genau das Richtige für meinen kleinen Auftrag. Okay. Der nördliche Wachtturm braucht Nachschub, wobei die Banditen alles tun werden, um dir die Sachen abzujagen. Aber mit einem neuen, besser gepanzerten Wagen mache ich mir keine Sorgen um dich. Ich mache mir schon Sorgen. Meinst du, du schaffst das? Ja, ja. Jetzt hau ab. Warum mache ich das für diese ganzen unfreundlichen Typen hier? Ich bin ja selber schuld, oder? Ein Funkgerät? Ja, ja, ja. Wer ruft schon ein Funkgerät? Ich nicht. Okay. Was habe ich denn hier noch alles? Das habe ich ja noch. Das ist alles Belohnung. Das ist immer okay. Von mir vermisst er. Ein Unterschlupf der Ghosts. Eine große Belohnung. Aber was soll ich denn jetzt machen? Ich überlege es mir. Ich überlege es mir. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.